Ja, heute sind wir zu Gast hier im Warendorfer Skala. Hallo Matthias, hallo Johannes. Servus. Ja, am 28. dem Donnerstag in dieser Woche startet ihr mit einer Sondervorstellung von Leberkäs-Junkie. Was habt ihr an dem Abend vor? Genau, wir präsentieren euch ganz exklusiv hier im Warendorf den Film. Und zum Film passend servieren wir euch das Leberkäs-Brötchen und frisch gezapftes Bier. Und das Leberkäs-Brötchen, das klingt von unseren Nachbarn, das Skolpinghaus Warendorf von Matthias Jäger. Und da freuen wir uns ganz besonders drauf. Ja, unser Warm-up für das Skolpinghaus, die Oktoberfestwochen ab 11. September. Da heißt es wieder, wir braten die Dicksten und mit unserem Holzofen-Leberkäs liegen wir ganz vorne. Prost. Prost, Karl. Wir freuen uns auf euch am Donnerstag, 19 Uhr. Jawohl.